Die Audi Phone Box ist der ideale Platz für Ihr Smartphone. Legen Sie es in die Halterung unter der Mittelarmlehne, aktiviert sich bei Kontakt das Wireless Charging automatisch. Alternativ ist das Laden per USB möglich. Einmal per Bluetooth verbunden, erkennt das MMI-System Ihr Mobiltelefon bei jeder Fahrt selbstständig. Es können bis zu zwei Telefone gleichzeitig verbunden werden. Das Wechseln ist mit nur einem Klick möglich. Die Audi Phone Box ist zudem mit der Außenantenne gekoppelt. Dies ermöglicht eine verbesserte Sprach- und Empfangsqualität dank HD-Voice-Technologie und LTE-Advanced-Geschwindigkeit. Zudem reduziert die Audi Phone Box deutlich die Sendeleistung des Mobiltelefons und somit die Strahlung im Fahrzeuginnenraum. Die Audi Phone Box – das Technik-Highlight zur nahtlosen und optimalen Integration Ihres Smartphones in das Audi-Infotainment.